Ich hab im ersten Moment doch, du bist Trimax oder so. Warum sagen das alle? Mann! Wegen dem Hintergrund und die Hörer und... Das ist cringe. Aber ja. Das war cringe. Moin! Was geht? Nicht viel, und bei dir? Auch. Was machst du? Ach, Mane! Oh, was hast du denn in der Hand gemacht? Äh, mir hört besser, mir hört der Wetter. Bitte, was? Hast du deinem? Kommst du aus Deutschlands? Bist du Österreicher? Mhm. Ja, natürlich. Ich hab kein Problem überlegen müssen. Also, ähm... Mir hat es ja weh getan. Nee. Ich wollt freundlich sein, aber nee! Oh, nee. Morgen. Schön. Moinzen. Was geht? Nicht viel, bei dir? Auch nicht. Was machst du auf dieser Website? Ein paar Leute können lernen, ist langweilig. Du so? Videos aufnehmen. Weil hier komische Leute sind. Ja. Leider. Die gibt's genügend. Gibt's auch auf der ganzen Welt. Oh, ja. Hm. Hi, Max. Nein, man darf noch nicht rauchen. Wenn man alt genug ist, darf man rauchen. Wie alt bist du? 22. Ja, die Frage ist, wie alt bin ich? 22. Boah. Bist du 32? 21 werde dieses Jahr 22. Gut geschätzt. Ich bin... 19 wäre dieses Jahr 18. Nee. Nee, nee. Er hat's nicht gecheckt. Das geht ja auch nicht. Er hat's nicht gecheckt. Ja, aber er hat's nicht gecheckt. Er hat's nicht gecheckt. Sonst hätte ich nicht so komisch geguckt. Also, ich dachte, er kurs war er nicht gecheckt. Weil er nicht gecheckt. Also, weil er so überlegt hat. Du musst einfach so lassen. Spaß. Spaß. Ich bin... Ich bin 14 und werde 13. Hey, nö, nö. Ich bin raus. Sie ist ja 17. Hi. Sie ist 17? Das ist nicht gut. Hallo. Moin. Alles gut bei euch. Moin. Wie geht's? Alles gut bei dir? Bei mir auch. Was machst du hier? Ähm... Nichts wirklich. Mir ist... Oder... Meine besten Freundin... Mir ist eigentlich nur sehr langweilig an Bezügen. Suchen wir eine Beschäftigung. Und die Besch... Also mit Leuten reden. Mit... Ah, okay. Nicht so wie die anderen komischen... Nee, 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 nee. Eigentlich sind es nur Männer. Es sind leider nur komische Männer hier unterwegs. Ja, ja. Ich merk schon. Ey! Das ist gemein. Du musst dich ja nicht angesprochen fühlen. Du hast mich aber angeschaut dabei. Ja, wo soll ich da sonst hingucken, wenn ich mit die Rede? Hm... Gute Aussage. Scheiße. Euch noch viel Spaß. Ciao. Dir auch. Silber blond. Hallo! Seid ihr nicht ein bisschen jung? Nein. Das denkt jeder. Wie alt seid ihr? Bist du auch nicht ein bisschen jung? Nein. Was denkst du, wie alt wir sind? Zwölf. Nein. Dreizehn. Nein. Acht. Nein, wir sind älter als 13. Ein bisschen älter. Sag dich doch, 14. Nein. Sondern? Ein bisschen noch älter. Ein bisschen noch älter. 24. Bisschen zum Blechtsinn. Und dann hier auf dieser Webseite unterwegs. Ey, wir haben alles eingerichtet, damit da nicht irgendwas kommt, okay? Keine Sorge, wir sind gute Mädchen. Na ja, euch noch viel Spaß. Ciao. Die Kontext gibt mir ja nicht noch einen Zudauer. Wir haben so zwei Monitore. Hi. Moin, Maise. Als Hit bei euch. Ja, genau wenn ich mich aufrege, kommt jemand. Leck mich doch am Arsch. Jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich dich auf Video. Alter, nicht ein bisschen jung? Doch, sind sie. Hi. Moin. Ist du irgendwie im YouTube-Thema oder so? Ne. Sieht so aus. Was? Warum? Ja, keine Ahnung. Ist so ein hobbyloser Stuhl. Ja, so ein hobbyloser Stuhl halt. Ein hobbyloser Stuhl? Das ist auch nicht mein Bett. Das ist mein Sofa. Dein Sofa? Ja. Nicht schlecht. Euch noch viel Spaß. Ja, danke. Danke. Laura. Ja. 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 Und der hat halt irgendwie so eine Lösung direkt in das Mikrofon geschrieben. Okay. Und dann habe ich mich halt in meine Hand geschickt. Der kam mit Mathe an. Und die waren in Deutsch. Oh, scheiße. Das ist doof. Das ist doof. Mathe und Deutsch. Da sollte man schon trennen. Gut gefolgen. Was weiß ich an in Deutsch. Na ja. Dann gute Besserung. Dir noch viel Spaß. Ciao. G'moin. Ja, drück doch weg. Na? Hallo? Moin. Moin. Hast du einen Fleck auf der Nase? Ne, das ist... Ich weiß, das war... Achso, okay. Was macht ihr hier? Uns ist langweilig. Also, 90% der Leute sind hier am Wichsen und den anderen ist langweilig. Ja. Und was machst du hier? Nicht die anderen 90%. Komm. Wie alt bist du? Wie alt schätzt du mich? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, wie alt du mich schätzt. Nein. Nein? Ich schätze ich auf 20. Hm, 21. Gut geschätzt. So hatte ich den nicht geschätzt. Wie alt schätzt du uns? 17. So. Plus, minus. Ich bin 18. Wenn wir alles haben. Plus, minus, sag ich doch. Ja. Also, eigentlich hast du du. Ja. Dieses eine Ja, das ist... Das ist ja nix. 2 Jahre. Ja. Bitte. Hast du den anderen gesehen? Ist das ein 2? Würdest du eins? Wenn du es jetzt wüsstest, würdest du denken, dass ich wirklich 19 bin? Aus dem Winkel? Nö. 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 Du bist halt. Warum? Ist doch gut, wenn man als Frau junger geschätzt wird. Ist doch auch gut, wenn man als Mann junger geschätzt wird, oder? Hm. Wenn es jetzt irgendwie nicht nah ist. Warum nicht? Nö. Das ist irgendwie komisch, hier mal geschätzt zu werden. So mit 30 ist ja okay. Nö. Nicht nein. Hat doch nichts Schlechtes. Okay, dann halt nicht. Gut. Dann euch noch einen schönen Tag. Danke. Moin. Hallo. Warte, ich mach das gleiche. Was? Achso. Warum Arsch? Kann ich mehr. Warum denn? Tu's nicht. Nicht mit der Fernbedienung. Bitte. Was? Ist irgendwas blinkendes, also keine Waffe. Aber tu's nicht. Achso, doch. Nein. Das Leben ist so lebenswert. Nein. Doch. Es gibt doch Alkohol. Was war denn das? Nö. Nö? Nö. 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 Doch. Nö. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich hab gesagt doch. Ich hab gesagt nein. Nein. Aber doch. Nein. Doch. Bitte. Ich seh aus wie ein YouTuber. Oh, danke. Kein Problem. Dir noch viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo. 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 Magst du Eiweiß ohne Schweinefleisch? Nein. Thüringer Klöße? Die mag ich sehr. Die schmecken mir am besten. Nice. Ich mag dich jetzt schon. Siehst aus wie ein YouTuber. Danke. Du bist auch sehr hot. Ich auch, oder? Habe ich Fieber? Glaub schon, ja. Scheiße. Ein bisschen rot hier so an der Stirne, ja. Das ist ein Pickel. Ah, ich auch. Ich hab's ein voller Pickel. Weißt du, was ich außer Thüringer Klöße sehr mag? Karin Ritter. Dich. Das ist süß. Hm, ich weiß. Das kann man so Thüringer Mädchen droppen, weißt du das? Würde schon so ein Hit sein. Warum nicht? Ja. Machst du grad nen TikTok? Nein. TikTok? Nein. Ich hab kein TikTok. Ich bin, äh. Mein EQ ist über 110. Wann hat er gesagt, nein Spaß? Oh ne, ein YouTuber. Nein. Oh ne, ein YouTuber hab ich auch noch nie gehört. Oha. Ein Gamer. Ich pass mich gleich hier der Mehrheit an. Hä, was machst du da? Das ist eigentlich komisch. Die Mehrheit auf Mägle sind Wichser. Das wollte ich eigentlich nicht damit sagen. Boah. Warum seid ihr hier, wenn ihr nur so komische Leute sind? Ja, wirklich. Das ist echt kacke. Das ist echt kacke. Wie soll mal so alle gesperrt werden? Ihr habt ja meine Frage nicht beantwortet. Was hast du gefragt? Warum ihr hier seid? Äh, weil wir weiden wollen. Was machst du? Warum siehst du aus wie ein Gamer? Warum hast du eine grüne Wand? Das ist ein Greenscreen, du Appa. Weil man den Hintergrund transparent machen kann. Achso, was willst du da hin machen? Weiß ich nicht. Deine Nase. So ganz groß. Okay. Hä, was machst du? Was? Videos machen. Wie bist du? Bist du YouTuber? Ab wann ist mein YouTuber? Sag mal wie du heißt. Ich folge dich. Abonnier dich. Ich sollte mir das echt mal kopieren, Alter. Ich muss es jedes Mal Hand zu Fuß eingeben, ey. Stabiler ist ein Stabiler. Stopp, jetzt ist da einer. Iza macht bitte. Jetzt, der kann so überreden. Er sieht uns und er ist da. Achso, achso, achso. 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 Nein, nein, bitte, bitte, bitte. Bleib auf, bitte, 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 bitte. Bitte. Zieh sie da auf, zieh sie da auf. Nein, du fandest! Ey! Ja, hab's hinbekommen. Wuh! Ziel erfüllt. Ich hab im ersten Moment doch, du bist Trimax oder so. Warum sagen das alle? Mann! Wegen dem Hintergrund und die Haare. Ja. Die Haare, der hat doch keine rote Haare. Doch. Es ist rot-blond. Was machst du hier? Just vibing. Okay. Ja. Was ist los? Du siehst nicht happy aus. Das sagen alle. Ich weiß nicht, warum ist es mein normaler Gesichtsausdruck. Das ist aber lange gebraucht, bis du gelacht hast. Aha. Ja. Milder. Ja. Spiegel. schlecht kann ich nicht oder ich kann es mit dem rücken gerade eben erst kann es auch noch mit den zehn war das kinder in der bohrfreien von mir aber ich wünsche euch noch viel spaß so